Hallo Freunde der Sonne und willkommen bei eurem Schule zu einer neuen Folge Final Fantasy 16 hier auf meinem YouTube-Kanal. So, und weiter geht's hier in, äh, Moment, wie heißt die Stadt? Ah, ich kann die Karte gerade nicht aufmachen. Also im Kristalldominium, sag ich jetzt mal auf gut Deutsch, dass dort gerade angegriffen wird oder vielleicht ist auch Bahamut, äh, ein bisschen schlecht drauf. Man weiß es nicht genau. Was zur Hölle passiert hier? Finden wir's raus. Gut. Aber erst suchen wir Götz. Okay, dann suchen wir erst Götz. Und jetzt ist er wohl auf. Äh, so. Hä, was? Wer, bitte? Warum? Ich hab noch gar nichts gemacht. Äh. So, weg. So, hin, fort. Ach, shit. So, finale Vollstreckung. So, nochmal kurz gekickt. Ist hier noch irgendwo irgendwas? Eine Kiste oder irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Na gut. Dann halt nicht. So. Hier geht's weiter. Hier ist auch nirgends. Kiste oder irgendwas Glitzerndes. Na. Ja, nee, lass mal. Was ist das, Junge? Sucht mich. Nein. Gibt's nicht. Ja, frisst das, Junge. Mensch, feierabend. Da ist ja noch einer. Neue Gegner in der Ansicht. Okay. Oh, Hallöchen. Ja. So, komm her. Gucken wir mal, Yves wird raus zum Spielen. Na toll, jetzt kommt er wieder hier. Na komm, gleich bist du doch gebrochen. Uh. Oh Gott. Fast die Kombination verkackt. Den gibt's auch noch obendrein. Und das auch noch. So, alles kriegst du ab. Oh, 47.500. Nice. Wer ich damit. Könnte bald sein, ne? So, da muss ich lang. Moment, hier ist aber... Ne, hier ist nichts. Okay. Gut. Ich hoffe, Dion macht keinen Mist. Nein, Tom. Dass ich mal froh sein würde, in der Kanalisation zu landen. Was bist du denn? Was bist du für ne Krabbe? Hm. So. Weiter geht's, komm ich hier durch. Nein. Dann weiter im Text. Ähm. Okay. Hey. 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 , ich werde nur noch den Tonräumen beziehen. Mhm. Da ist der. Der Glockenturm. Gut. Weiter. Hm. So. Und das hier. Ein Heiltrank. Okay. Äh, keine Kiste, nisch, okay Okay, hat wirklich was von Assassin's Creed, ein bisschen, ne? Kannst du sagen, was du willst Hm, was macht schli? Ah, die Sache, einfach da, okay Ja, das, äh, Moment Ne, ich dachte eben, da glitzert was, aber nö Und weg mit dir, so Äh So, mal das hier Worms Und erledigt Nice Bei deinem Text So, was kommt jetzt hier? Heiltrank Heiltrank Siehste So, die nächsten Ah, falsche Taste So, mich Boah, was ist das? Hey Oh, frisst erst mal das So, war's dat? Oh, ne, Hallöchen Wer bist du denn? So, los hier, Fred Oh, wer ist denn das hier? Oh Ne, auf ihn hier will ich Sind noch einer So 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 Geh weg Okay, gleich bist du gebrochen Jetzt Und der noch hinterher hier Den auch noch, weil's so schön ist Jawoll Uh, zwei Drachenkrallen Nice Äh, so Jetzt muss ich mal kurz Moment, wo muss ich denn lang? Von da komm ich, ne? Ergo Und da lang Hoffe ich Ich hab grad keine Ahnung Vielleicht auch da durch Hm Verdammt Suchen wir einen anderen Weg Okay Tür? Nö Keine Tür Gitter? Auch nicht Äh, da oben glitzert was Also muss ich da ja irgendwie hinkommen Ne? Aha Guck an So Kiste Hallöchen Was haben wir da? Reißzahn Stahlsäge Äh Hoch da Na gut Heiltrank Nehmen wir mit Kann ja nicht schaden Was liegt hier Schönes Ein Supertrank Nice Ah Mensch So Das war's für dich, Junge Hm Ach, das war's schon Okay Äh Moment Irgendwie ne Kiste oder sowas Übersehen Nö Nö Hier ist nicht Dann weiter hoch Tja Tja Ähm So Haben wir mal umgeguckt Nop Ist nischt Was Was erwartet mich wohl Hinter Tor Nummer 1 Ah Einfach mal Tor Nummer 2 Gut Das war zu offensichtlich Und hier Ein Heiltrank So Hier rechts Links Nix Wer seid ihr denn So Das viel mal runter hier Mensch So Weeg Man Ich will nicht zu dem War hier hinten doch einer Oder war das Schön Na gut Egal Oh Oh So Das erholt sich in der Zeit Hoff ich Oh Hey Mensch du bist doch Ich würde sagen Als ob du noch nicht gebrochen bist So Alles drauf da Und Ifrit kommt auch noch raus zum Spiel Jawoll Nice Weiter geht's Im Text Nächste Tür Tor Nummer 2 Und da wartet Tor Nummer 3 Ja Mensch Das ist jetzt ja mal Wer hätte es gedacht Ne Lass mich raten Da vorne wieder ein Heil Oder ein Supertrank Jo Okay Hm Reißzahn Sie kommen Sie kommen Von den Mauern Angriff Sie gehören Dir Jetzt Torgal So Geht doch So Weg Moment Hier rechts geht's nicht lang Okay Dann wieder links Trebbe runter Oh Kiste Hallöchen Mit Gunst der Erde Hm Nice Supertrank Äh Gut Geht nur hier durch Sch Sch Siehst du Götz irgendwo Oh, 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 oh! Naja, mal wieder der übliche Drache Autsch Okay, das kann ein bisschen dauern Äh, der verliert ja gar nichts Doch, da Okay, Moment Okay, ich hab die Lebensleister auf der falschen Seite gekauft Okay, komm mal raus, Ifrit Da brauch ich jetzt schon ein bisschen mehr Power, ey Alter So, da holen wir schon mal alles raus hier, ah scheiße Oh, was ist das? So, friss das mal kurz Wir meinen, ist er gleich das erste Mal gebrochen? Oder gleich, ne? Ein bisschen Towers noch Hm Jetzt So, hier hab ich leider nur das ready Na, 43.000 immerhin Und die Hälfte haben wir gleich Oh, oh Äh What the Moment mal, was? Was zum Fick Uh Uh Äh Binnen Watt Okay Okay Oh, 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 oh. Aua, aua, aua. Alter. Öhm. Moment. Alter. Habe ich mal kurz. Hallo, Torgal. Oh. 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 So, Titan nochmal rausholen. Shit. Äh, was ist das denn jetzt? Hier, nimm mal das. Ach, das schon wieder. Wahaha, ist klar. Aua, aua, aua. Mal Torgal, hallo. So. Äh, hallo, macht das gar keinen Schaden? Äh, doch ein bisschen. Und los, Yfrid. Immerhin gleich haben, Mann. Nicht abheben, Keule. Den nimmst du doch mit, ja. Äh, ja, moin. Äh. 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 Junge, jetzt ist aber mal, äh. Äh. Oh. Oh, raus. Oh, hier, frisst das nochmal, Junge. Äh, was jetzt? Aua, 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 aua Okay Das war's mit dem weißen Drachen Chapeau Uh, neues Level Neues Level, neues Level, neues Level 33? Oder wo sind wir jetzt? 34 Noch besser Geil Weißwurmknochen Oder Weißwürmknochen, geil Reißzahmblutige Haut verschwinden wir was jetzt was sucht er denn da oben es 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 Was tut ihr? Wir müssen fliehen. Euer Gnaden, ich bitte euch. Er ist nicht er selbst. Was ist passiert? Vergib mir, Jota. Aber ich muss das beenden. Euer Gnaden! Ich bin der Gnaden. Untertitelung des ZDF, 2020 Äh, ist da gerade ein neuer Mutterkristall gewachsen oder was war das? Und, äh, wie geht's jetzt weiter? Wir zerstören den Kern. Und, äh, wenn er wiederkommt? Sobald die Flammen erlöschen, rücken die Kaiserlichen und Dalmeka hier ein. Wir haben nur diese eine Chance. Und Bahamut ist fürs Erste weg. Bring dich so schnell wie möglich in Sicherheit, Götz. Was? Und euch zwar im Stich lassen? Das mach ich nicht. Wenn ihr bleibt, bleib ich auch. Ich habe alles eingepackt, bevor ich abgehauen bin. Also, wenn ihr was braucht, fragt mich. Äh, ich geb euch aber nichts umsonst. Sonst bekomm ich Ärger mit Tante. Danke, Götz. Ähm, oh, okay. Die Relikte. Äh, nice. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Feierabend. Weiter geht's logischerweise in der nächsten Folge. Und dann bin ich ja echt mal interessant, was sich Bahamut, beziehungsweise Prinz Dion, dabei gedacht hat. Ich meine, ne, dass er, ich sag mal, seinen Vater, beziehungsweise seinen Stiefbruder stürzen will. Okay, das kam durch. Ne, dass er die Hauptstadt, die neue Hauptstadt, ne, die eroberte, wie auch immer, und sein Volk angreift, halte ich jetzt für sehr atypisch. Auch wenn ich Dion jetzt ja noch nicht wirklich lange kenne, Ingame. Oder Ingame kennen er und Kleif sich ja irgendwie noch gar nicht, glaube ich. Wahrscheinlich. Schauen wir mal, ne? Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn ihr wisst, wie es weitergeht, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn ihr wisst, wie es weitergeht, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein.